Herzlich Willkommen in den Toiletten und Duschräumen für Hubraum 2011. Hallo, da bin ich. Zwei Waschbecken sind da, zwei Pissoirs für die Männer. Die Damen haben das nicht, aber die Damen haben dafür auch nur zwei Toiletten. Wir können auch mal reingucken. Den können wir nicht, ist zugesperrt. Na ja.